Der Bachelorstudiengang Ingenieurpädagogik ist ein spannender Mix aus vielfältigen technischen und pädagogischen Inhalten. Dabei kannst du im technischen Bereich wählen zwischen Metall- und Maschinentechnik und Elektrotechnik und Informationstechnik. Diese beiden Fachrichtungen kannst du miteinander kombinieren oder aber mit Informatik oder mit Textiltechnik und Begleitung. Im Bereich Pädagogik erwarten dich neben Lehr- und Lernmethoden, erziehungswissenschaftlichen Grundlagen und Fachdidaktik natürlich auch erste Praxiserfahrungen an Berufsschulen. Wenn dich eine Laufbahn als Berufsschullehrer reizt, komm nach dem Abschluss an die TU Dresden und steig direkt ins siebte Semesterlehramt ein. Oder du machst es wie ich und gehst in die freie Wirtschaft. Mit deinem Bachelorabschluss findest du viele tolle Jobmöglichkeiten, auch in der Aus- und Weiterbildung. Bei uns bist du auch ohne Abitur herzlich willkommen und du brauchst auch kein NC. Das Studium Ingenieurpädagogik ist ein Vollzeitstudium und gebührenfrei. Ingenieurpädagogik in Zwickau ist genau deins. Wir freuen uns auf dich!